Grüß'n Leute zum Versuspiel, Leute, für die zwei mit dabei sind die Gypsy, äh, die Gypsy und ich, die Gypsy, quasi ich, ne, in, äh, normal und infizierte natürlich immer der Hatzel und der Opa, der viel Spaß. Äh, löse mich. Ja, und wir waren zwar trocken, ne, Settler. Ja, na klar. Oh. Oh. Warte, das kam ziemlich spät. Na, was denn nun hier? Mein, der Fresser. Hallo. Alle Vorgang, Leute, hallo. Oh, wo lange mit Leuten, du? Ja, da muss ich sagst, alles frisch einrischen. Alles, ja, genau. Ach, hier, äh, Steff, du hast ja noch ein paar Aufgaben zu machen, ne? Ich weiß gar nicht, was das noch war. Schläger und sowas? Ja. Da musst du jetzt mal gucken, da wirst du bestimmt was finden. Ja, mit dem Golfschläger und sowas. Ja, kacka, löle. Mensch, komm mal aus der Hüfte, aber löse. Hüfte. Da unten mit dem Charger muss ich 15 Sekunden jemanden auf dem Boden halten. Ach, das ist doch Pilleballe! Ja, das ist das und zweitens, äh, mit dem Verrückten, ja. Mit dem Knirn. Ja, mit dem Knirn. Genau, mit dem Knirn brauch ich noch. Das haben wir schon für das Wort, dann getan. Doch, Chuck, hey. Hahaha, so. Haha, geil wie Sophie. Tut mir leid. War wohl doch nicht so nett. Ich bin da drin. Ja, ich bin da drin. Oh, jetzt ist schön, habt ihr einen Flügel? Huuuuh. Ich bin hier nicht dicht. Weg damit! Weg damit! Weg damit! Lade, nade! Fragt euch, wenn ihr rüchst, oder was? Ja, geteilt die Schneide, oder? Äh, zack, geht's los, oder was? Schnell durchlauuf! Schnell durchlauuf! Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Zack, zack, zack! Zack, zack, zack! Zack, zack, zack! Mach das so elegant, jo? Ach, keine neide, schon. Ich hab's weggerufen. Ich hab's weggegeben. Ein Rote. Ja, kaputte. Na klar, oh schön. Ach maaa. ist irgendwie hängen geblieben oder was ist er jetzt hängen geblieben oder was ja dann muss man jetzt trotzdem erstmal kurz schwebermachen alles geht nicht so Moni, aufpassen! Schöö, ab geht's! Schöö, ab geht's! Schöö, ab geht's! Schöö, ab geht's! Wir gehen Richtung Suchscheinwerfer! Vielleicht sind alle dauernd! Warte um! Lade nach! Lade nach! Vorsicht! Muss laden! Schöö, ab geht's! Schöö, ab geht's! Schöö, ab geht's! Ich bin doch ein Doktor hier im Moment! Ich bin doch ein Doktor hier im Moment! Ey, Ackerlöle! Ja! Hier rein! Ja! Ja! Oh shit! Just$%& Faartal! Lade! Ballade! Du bist blind! B smart! Hey mal, du Ding! Du bist blind! Morgens zu beschäftigen! zack huch ich bin unten ja ich bin ich bin aber hier danke also was war denn das für ein kratz nimm deinen medikit oder pillen nee hab ich nicht du hast du vorst du pillen hier drüben jawohl danke ach scheiße ich hätte einen coach wieder bleiben können ich bin ob er scheuer kannst du mir deine pillen geben munich ich habe mich jetzt ne kreis habe ich auch vergessen verdammt an User in your channel timed out Das war's. Ja. Ich will ja nicht unten, aber wenn Alice nicht weiß, wie man einen Monster Truck baut, kommen wir da hin. Ich kann das nicht mehr so viel machen. Ich bin so weit gekommen. Wir sind so weit gekommen. Wir sind so weit gekommen. Wir kommen in den Land von New Orleans. So. Oh. Wo kannst du denn hin? Hier, Mensch. Ja, ich zeig doch schon. Hey, Whisperin Oaks. Mensch, als Kind weiter. Und als Erwachsen bist du dort drauf. Alter, it. Jawohl. Patsässe und alles! Yo! 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 Auuuutsch! So! Alter! Boah! Sag mal, wo müssen wir denn hier lang? Ei! Ach, hier drüben! Däh! Egenhaft! Lade nach! Lade nach! Hier, die Alfa! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Da ist er! Ah, Mann! Lade nach! Shit! Hey, warte mal! Muss heilen! Da, komm! Hm! Das hat gut reingehauen! Da, Suchschein! Das hat auch gut reingehauen! Das ist bestimmt Whisper in Oaks! Kann das mit dem Dings echt reden, na? Mit dem Krabbelvieh, äh... Na, da? Ihr könnt es mehr anspucken! ich war ich hab gerade auf dein bild geguckt was du gerade bist achso ok 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 oh er hat ihn jetzt gerade gespuckt ich ne weise ich komm da weg ne ich komm ja ohne weg weil ich genau an deinem ort wir müssen erstmal weg damit ich hier spawnen kann ja ne wenn die karakteren weg sind dann erstmal spawnen aber die sind ja noch hier vorne alle das ist von dem spiel du doll sind du hast gerade gemacht die stelle hm das sind doch vom scheiß wir sind eingeblieben das ist total sinnlos aber was ist denn hier los das ist ja jetzt oh scheiße ich kann hier nicht weg ich kann auch nichts machen weil ich genau hier ja 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 hm 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 Ja, das ist toll. Alter, ihr wisst krass. Erstmal hier ein Cut und sowas, ne? Wie gesagt. Genau. Da würd ich sagen. Bis gleich! Bis gleich, Alter.